Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu Panas. Heute wollen wir uns angucken, was eigentlich der Unterschied zwischen iLog, Log, iAd und Ad ist. Und zwar nicht, was das genau tut, sondern von der Laufzeit her. Und das heißt, macht es wirklich einen Unterschied bei sehr großen Datenmengen, macht es vielleicht gar keinen so großen Unterschied. Und ja, natürlich, hier kann ich schon mal ganz kurz sagen, mit Log und iLog hatten wir uns ja schon auseinandergesetzt. Das sind einfach Funktionen, mit denen kann ich eine komplette Series aus meinem DataFrame auslesen und danach Operationen zum Beispiel drauf ausführen. Was natürlich sehr effizient ist, wenn ich diese Operation auf der kompletten Series durchführen möchte. Nur in dem Fall. iAd und Ad ist dafür da, damit wir wirklich konkrete Werte aus unserer Datenlage bzw. dem DataFrame auslesen können. Das heißt, die beiden haben eigentlich auch einen kleinen bisschen anderen Nutzen auch, möchte man sagen. So, wir schauen uns das Ganze jetzt mal ganz kurz an. Und zwar, wir erstellen uns erstmal einen DataFrame. Und zwar erstmal mit einem pandas.dataFrame. Wir packen da zufällige Daten rein. Das ist ja am Ende dann auch egal eigentlich. Uns geht es ja nur um die Laufzeit. So, und ich werde jetzt anfangen mit einem 1000 auf 1000 DataFrame. Das ist jetzt noch nicht so riesig, machen wir aber nachher noch ein bisschen größer, wenn wir das dann fertig haben. Sieht dann auch folgendermaßen aus. Ja, da, ups, da hat es mir Klammern reingemacht. Da wollte ich keine Klammern. Ähm, genau. So, also wir haben ein relativ großes DataFrame, aber das wird noch in relativ kleiner Zeit bzw. gar keiner Zeit schon erstellt. Das ist in Ordnung soweit. Und jetzt machen wir noch folgendes. Wir importieren uns noch from time it, ähm, importieren wir uns noch den Default Timer als Timer, damit wir hier die Zeit auch vernünftig messen können. Ähm, dann haben wir quasi eine Messfunktion sozusagen. Und ich versuche das jetzt auch wirklich mal einfach nur die Laufzeit davon zu messen. So, ähm, was wir machen, ist, wir machen das mindestens, sagen wir mal 10 Mal, for i in Range von 10. Wir wollen 10 Mal hierauf zugreifen und zwar mit einer unserer Funktionen. Das heißt, äh, time ist gleich am Anfang natürlich 0. Und, ähm, dann messen wir erstmal unsere Startzeit. Start ist gleich, äh, timer. Und wir messen, vielleicht sollte ich meine ganzen Hintergrundprozesse ausschalten, fällt mir gerade auf. So, jetzt ist es besser, mein Rechner pustet ja schon gerade richtig. Okay, ähm, und dann berechnen wir uns hier das Ergebnis von einem dieser, ähm, dieser, ja, Spalten. Ähm, der Unterschied zwischen iLog und Log ist aktuell bei uns einfach nicht gegeben, ähm, weil wir im Endeffekt hier drauf zugreifen, immer mit der, also wenn wir uns das Ganze nochmal hier angucken, dann sehen wir ja hier der Index, der Name von dem Index ist 1 zu 1 genau dasselbe aktuell gerade, wie wenn ich jetzt hier, ähm, über i, also über den Integer, beziehungsweise über den Index drauf zugreifen würde auf meine Series. Ähm, also hier 01234 und hier 012 bis 999. Also, da gibt's einfach gerade keinen Unterschied, äh, weil wir sie nicht umbenannt haben. Muss man aber auch hier einfach nicht machen. Das heißt, wir holen uns jetzt, sagen wir hier einfach mal von random.randint zwischen 0 und 999. Irgendeinen davon holen wir uns. So, dann holen wir uns den, ups, den End, äh, ist gleich Timer, berechnen uns hier die Zwischenzeit, ähm, und addieren die auf Time drauf. Das heißt, Time plus gleich, ähm, End minus Start. So, damit haben wir sozusagen, äh, die, ähm, ja, die gesamte Zeit gemessen und jetzt können wir hier einfach Print, ähm, Duration of iLog und dann sagen wir hier natürlich, dass das ein Format String ist, damit wir das auch ordentlich haben, ähm, und zwar Time durch, ähm, ich mach hier mal das Ganze in der Variable und wir setzen mal die Runs auf 10, Time durch Runs. So, und ja, jetzt können wir eigentlich relativ, ähm, komfortabel messen, wie lange das Ganze hier geht. Für iLog jetzt natürlich erstmal nur. So, und die Zeit war im Schnitt 4,62 mal 10 hoch minus 5. Das ist jetzt nicht dramatisch lang, logischerweise. Wir sind ja aber auch noch nicht fertig. So, ähm, also, wir haben hier einmal Runs und die brauchen wir eigentlich nicht nochmal neu definieren. Da hast du völlig recht. Ähm, die Time müssen wir allerdings neu auf 0 setzen. Warum meckerst du hier? Okay. Ähm, so, wir wollen hier jetzt einmal mit Log arbeiten und wir wollen uns als nächstes hier witzigerweise nicht den Log holen, sondern iAdd. Das iAdd funktioniert im Endeffekt genau gleich wie das Add in unserem Fall, weil, wie gesagt, hier auch wieder, der Index ist derselbe wie der Name in unserem komischen kleinen Beispiel hier. Das heißt, hier muss nicht wirklich irgendwas separat gemacht werden. iAdd braucht allerdings zwei Werte. Das muss ja, wie gesagt, iAdd kann nur auf einen konkreten Wert zugreifen. Das kann nicht auf eine Series zugreifen, das kann nur auf einen konkreten Wert zugreifen. Und es sollte eigentlich deutlich schneller sein, ähm, als Log, beziehungsweise iLog, weil es eben nur einen Wert aussieht und des Todes optimiert ist, sozusagen. So, ähm, und hier holen wir uns natürlich noch Add. Und jetzt gucken wir einfach die mal ganz kurz an und wir sehen hier, okay, ähm, iAdd ist schon deutlich schneller als, ähm, beziehungsweise, oh, ja. Überall steht noch iLog dabei. Das tut mir sehr leid, das muss ich ganz kurz fixen hier. Also, hier haben wir Log verwendet, hier haben wir iAdd verwendet und hier haben wir Add verwendet. So, jetzt lassen wir das nochmal ganz kurz laufen. Und wir sehen hier, ähm, die Zeiten von iAdd ist natürlich am schnellsten. Also jetzt auch das zweite Mal schon. Von Log ist sie das zweitschnellste. Add ist jetzt nicht mehr ganz so schnell und iLog ist, ähm, auch nicht so wirklich schnell. Aber die Zeiten sind so gering, also unter 10 hoch minus 5, beziehungsweise bei einem 10 hoch minus 5er, ähm, das ist, das ist sehr, sehr niedrig. Und deswegen würde ich hier vorschlagen, ich setze jetzt hier mal einen oben drauf. Und ich habe das vorhin mal probiert, wie lange so ein, ähm, ja, sowas zum Erstellen braucht. Und ich bin jetzt hier mal auf, ähm, 100.000 und 10.000 hochgegangen und das ging noch zu erstellen. Und das werde ich jetzt allerdings laufen lassen und das wird eine Weile dauern. Deswegen lasse ich euch hier mal kurz pausieren. Ich setze hier auch mal, wobei, setzen wir die Runs mal auf, ähm, 15 hoch und dann schauen wir mal, wie lange das geht. So, und das dürfte jetzt ein bisschen erstaunlich sein. Wir sind hier nämlich immer noch bei 3 mal 10 hoch minus 5, ähm, 3 mal 10 hoch minus 5, 2, irgendwas mal 10 hoch minus 5. Und das Add ist sehr, sehr hoch sogar. Da sind wir nicht mal mehr im 10 hoch minus 5 Bereich. Äh, 10 hoch minus 1, 2, 3, 10 hoch minus 4 Bereich sind wir hier. Ähm, das wird schon gar nicht mehr abgekürzt. Also das heißt, das Add ist tatsächlich das Langsame. So, was ein bisschen seltsam ist, ähm, ich sollte hier, glaube ich, auch mal die Dimensionen einigermaßen festhalten. Und zwar als Variablen, ähm, dem 1. Ich mach das mal ganz kurz. So, ich hab das jetzt nochmal gestartet. Und, ähm, ich möchte hier nochmal ganz kurz anmerken. 100.000 mal 20.000. Das nimmt in meinem Arbeitsspeicher, ich hab das tatsächlich gerade verfolgt, nimmt das circa 15 Gigabyte weg, ja. Also 15 Gigabyte Arbeitsspeicher. Das heißt, diese Daten hier, diese, ähm, Random-Daten, nehmen 15 Gigabyte Speicher ein. Ja, das ist wirklich sehr, sehr viel. Ähm, und die Daten, ja, ich weiß, es gibt immer noch größere Datenmengen. Ekelhaft wird's dann, wenn man natürlich swappen muss, weil man nicht genügend Arbeitsspeicher hat. Aber grundsätzlich können wir hier deutlich erkennen, ähm, iLog und Log geben sich jetzt nicht wirklich irgendwas von der Performance. Das ist jetzt gar nicht mal so dramatisch. Und hier bei iAd und Ad, das ist auch nicht wirklich, ähm, ein Drama. Also, das ist Faktor 2. Das heißt, wir müssen vielleicht statt 2 Minuten 5 Minuten warten, wenn wir das wirklich sehr, sehr oft machen. Ähm, tatsächlich, was mich allerdings hier überrascht hat, war, dass eben, äh, Ad langsamer ist als iAd. Und zwar, ähm, deutlich. Und iAd ist sogar noch schneller als Log und iLog. Also, ja, ähm, im Endeffekt ist das halt wirklich auch ein bisschen Zufall sozusagen, wie schnell das Ganze ist. Weil ich natürlich auch meinen Rechner, äh, auslaste, beziehungsweise nicht auslaste. Und im, im Gesamten gibt sich, geben sich die beiden hier eigentlich relativ wenig. Also, man kann beide wunderbar verwenden. Ja, und dementsprechend war's das von meiner Seite auch schon wieder. Ähm, wir hoffen, ähm, wir hoffen, äh, beziehungsweise ich hoffe, dass es euch natürlich ein bisschen weitergeholfen hat. Und ihr das Ganze auch vielleicht selbst mal ausprobieren könnt. Was ist schneller bei euch? Nehmt hier vielleicht einen kleineren Datensatz als den, den ihr wirklich in der echten Welt habt, sozusagen. Damit ihr das auch einigermaßen testen könnt. Macht dann halt von mir aus ein paar Runs, damit ihr es vergleichen könnt. Aber grundsätzlich, ähm, wir sehen, die sind echt schnell. Und selbst wenn wir Daten wirklich jetzt riesig machen, Datenmengen riesig machen, dann ist uns das eigentlich immer noch recht egal. Cool, alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.